hallo und herzlich willkommen zurück planet kraft da wir machen direkt mal rein es gab nämlich die lc da wollen wir doch mal reingucken planet prime humble der name ist dann ticopolis humble humble den rest lassen wir so und da geht es auch schon los da kommen wir runter ja genau schätze mal wie beim letzten mal das sieht mir ziemlich kalt aus hier herstellen rucksack stufe 1 was ist hier was haben wir da erreichen sie 175.000 und schaffen sie eine blaue atmosphäre okay ja hier drinnen und kann ich hier machen rucksack herstellen eisen eisen zerlegen chip silizium also eisen finden und ja mal gucken was das reisen mit ahnung was ich damit mache reisen halt stopp muss das immer wieder finden nicht nur besser in die richtung nix nix eisen wenn eben erst eisen dann ist auch noch so ein ding wo ich muss noch mein sauerstoff aufpassen wirklich ok rucksack herstellen ist drin mikrochip konstruktion litium silizium und magnesium magnesium litium eisen nehme ich mit litium magnesium das waren die die dinge die so hoch stehende die magnesium hier drinnen magnesium eisen stoff wasser eisen da ist mit voll war sauerstoff alarm hier kein eis überhaupt ein konstruktions ding soll ich machen ein zerlegen da brauche ich noch mal so ein ding auch noch magnesium und ein sauerstoff tank ok kobalt kobalt magnesium was packe ich hierin nix was doof auch dich packe ich noch da mit drin so wir nehmen noch mal sauerstoff mit was zum essen brauche ich gerade nicht so was war das jetzt kobalt kobalt eisen magnesium kobalt die man nach oben eisen habe ich kobalt kobalt eisen magnesium es ruckelt schon ein bisschen jetzt schon ähm ne hier ist nix kobalt wie komme ich denn an kobalt gibt es kein kobalt es gibt hier kein kobalt was ist das soll auch mit kobalt drin warte da muss ich gleich nochmal hin und ein magnesium fehlt mir noch war da nicht zufällig noch magnesium drin ja aber es geht nicht dahin war da mache ich das eisen raus nehmen das magnesium mit und wie es aussieht gibt es neue bäumchen oder sowas in der art sauerstoff tank erstmal anziehen sauerstoff tank konstruktion und was brauche ich noch kaschenlampe oder dekonstruktion noch ein magnesium ich habe kein eisen gefunden hier war da was war hin hier drin magnesium ok noch ein magnesium das war das ding jetzt kann ich das nicht zerlegen nehmen wir zurück das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt dass der sauer baustoff so schnell runter geht wie macht man sich das magnesium wie macht man sich eigentlich so was war das jetzt mikroschip zerlegen ok und jetzt erstellen was erzbrecher das ding zwei dollar mit und magnesium zwei dollar mit und in magnesium hier haben wir dolomit magnesium nach das ist das hellgraue ne total nicht dolomit ist hier dolomit drin nie das ist das hellgraue ne ja ist cool das ist jetzt auch neue ja sachen gibt magnesium ja habe ich alles die taschenlampe und ich kriege ja nicht rennen so was sich bauen so ein ding zwei wird das was verbraucht er nicht stell dich mal dahin ok irgendwas rein tun muss man nicht der eisen rein tun dann haben sie hier abgebauten erz der brauch 2,5 kilowatt 2,5 kilowatt also first is first eisen titan 2 eisen 2 titan ein silizium 2 eisen 2 zitron reicht das ein titan reicht nicht das titan ist nichts drin aber eisen silizium fehlt noch silizium da hinten nehme ich noch mal so ein ding mit hilfe wo ist meine kapsel durch die bäume oder was das sein soll kann man das nicht sehr gut sehen na ja ich habe es ja verstanden so wohnmodul wo packe ich das denn hin berg man kann es ja immer wieder abbauen ok brauche ich wieder um modul tür bohrer stufe 1 kann ich die noch anheften zum rechtsklick wenig energie ach da war was ne da brauche ich eisen für ok 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 ich mache mal das neue zeug hier drin so nutze ich jetzt als lager essen na essen nicht aber wasser ich habe kein wasser gefunden bohrer windkraftanlage das brauche ich ne hier 1,2 wie 1,2 der braucht doch schon 2,6 muss ich ja 3 bauen will ich das nicht anheften hier irgendwie an den brauchen braucht ich ein chip für ok nur eisen das kriegen wir hin hier unten war noch jede menge eisen und eisen glitzert da 3 3 4 ich mache jetzt inventar voll mit eisen das glitzung gerade nicht ja komm die dinger müssten reichen ok schon habe ich mich verfranst sehr gut ich bin verloren da hinten das schaffe ich doch nie im leben wenn ich eben rennen 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 war ja klar so wo jetzt genau war meine kiste ist es die das vase die vase so jetzt braucht ich sollte irgendwo bauen wo ich besser überblick habe wird man nirgends überblick die dinger zwar mit steuerung da sollte den strom erst mal ah ok das gibt die dinger was ist das das habe ich ja noch gar nicht gefunden dauerstoff niedrig moment so bora 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 warte nee ich brauche zuerst das ding und noch ein silizium für hier silizium reingepackt magnesium ne habe ich nicht silizium oh man jetzt mal da lang also im dunkeln sieht man nix hätte das gedacht das soll er mit ich brauche silizium da die kleinen kackhaufen das ist silizium nehme ich mit hier noch titan guter rad teuer ne das mitnehmen eisen mitnehmen essen mitnehmen auf jeden fall und das ding so was ist das rennen digga rennen ich sterb schon wieder gleich ja sauerstoff kritisch diesmal schaffe ich es aber ich habe es geschafft was wollte ich bauen den hersteller hat genau so exoskelett nur noch ein magnesium ist hier magnesium drin ja das kommt eigentlich hier unten raus das titan egal so sagt exoskelett anziehen wir nehmen mal das ding raus machen das exoskelett drin und dann können wir das wieder da rein tun so kann ich jetzt eine taschenlampe bauen magnesium magnesium silizium magnesium magnesium silizium nee hab ich gar nix von magnesium magnesium und silizium silizium kleiner kackhaufen da hinten und da richtig noch mit auch inventar voll und dauerstoff tank habe ich das habe ich rucksack habe ich und das war es schon okay kann ich lager bauen ja dann tue ich das mal wir sind hier vorne da ist vorne und ich die übereinander bauen nene forder essen trinken sauerstoff pflanzen alles machen bis auf das ding das kommt dahin das l b f a f gut nix dazugekommen ok hier haben wir alles das bedeutet wir können jetzt bohrer bauen titan und eigen habe ich hier titan drin und das dollar mit muss raus an und eis das kommt nämlich hier hin eisen titan ein bohrer bauen äh ja bohrer stufe 1 bildschirm terraforming ein eisen mit irgendwo magnesium ich nehme die jetzt hier mal raus nein das wohl damit nicht so ok das gibt ja auch immer eisen okay so warte sowas pflanzen röhre macht sauerstoff ne eis was soll ich denn eis hernehmen aber ich soll das bauen ne bildschirm terraforming geht noch in silizium herstellen bildschirmbaupläne bildschirm terraforming ok was fehlt baopläne also ich brauche silizium 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 wie geht das wieder los wie kommt man an silizium warte mal da stand doch irgendwo oder gar nicht muss man finden super silizium eisen und silizium mentafol äh ja habe ich was zum essen mit ne ähm komm auf die schnelle silizium bitte man ist das hier unübersichtbar endlich muss zurück warum ist noch eins sonst noch vielleicht irgendwo das geht ja nicht ich habe immer voll bis oben hin din ein eny ja das war der große ne guck dem im sauerstofftank stufe 2 so ein bildschirm das ding brauche ich noch mal silizium sauerstofftank stufe 2 der ist jetzt erstmal wichtiger die lithium und magnesium ok silizium und magnesium gehen wir mal in die richtung hier war nicht viel aber da hinten ist schon das erste silizium das kann ich in den schredder denkt da rein bauen und wieder voll super aber kein eis bis jetzt und guck mal was hier silizium rum liegt muss man sich mal merken die lizen und mag mal da ist sogar ein magnesium da steht doch nicht dass der magnesium rauskommt aus dem ding komisch ok gut bildschirmbaupläne er muss oben drauf kommt er dahin habe ich gemacht rucksack stufe 2 bei 300 ti hier sauerstofftank stufe 2 habe ich den jetzt jetzt habe ich 200 h essen 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 trinken noch nicht hat kommt drin die aubergine apropos aubergine warte mal warte mal warte mal warte mal hier pflanzenröhre eis so ein problem findet man hier eis warte mal ich brauche immer zwei eisen ein titan drei eisen zwei titan ein silizium bisschen jetzt kann ich den bauen ja 2 1 eisen titan silizium zwei eisen drei titan ein silizium stimmt doch nur 3 eisen 2.000 ein silizium genau so dann gehen wir mal gibt es eine karte die gibt es ja noch nicht wir haben gar nichts so dass sie zum lasse ich mal da aluminium kann ich rauswerfen das brauche ich im moment nicht weil ich mache die aluminium dinger daran aluminium und jetzt essen und pflanzen drin kann man ja so lassen ok wo könnte man eis vermuten geht's mal in die richtung wie was haben wir denn da hinten ein gebäude und mich dahin aha mikrochip bauplan wo kann ich den wo könnte man den erforschen bei bauplänen genau noch einen wasser nehme ich mit die glänzchen nehme ich mit wo war ich habe die hälfte von meinem sauerstoff schon verbraucht dann brauche ich jetzt hier eine basis hin irgendwo dazwischen oder hier oben waren hier bauen ja das ist mir zu eng zack wohnmodul tür ein eisen junge junge jetzt aber schnell eisen ja ich war knapp ich essen mit ne natürlich nicht okay hier dekonstruieren ja ich brauche ein zweier so was haben wir denn hier noch mehr samen eisen das nehme ich mit obald gab es selten und aluminium nehme ich auch mit wo waren ja zwei kisten das noch mal ein läppchen zerlegen lagerküste geht nicht weil nicht leer ja aber dann tue ich hier eisen das so nehme ich die zwar raus die da rein verlege den okay dann baue ich mir hier noch mal eine neue hin die stil dann kommen hier die dinger in und die aubergine warum sind hier fuß stapfen okay kann ich noch eine nähe hab kein eisen mehr ich werde sonst noch irgendwas zerlegen was denn technischer schuld oh was konnte ich zerlegen was habe ich jetzt gekriegt pflanzen 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 geht ja nicht die pflanzen waren hier ne als pflanzliche was ich ja jetzt nicht habe alles andere kommt jetzt mal dahin so und hier die besonderen sachen wie das dass das noch ne müsste man trinken ja essen habe ich nichts mit essen ist natürlich so ein ding essen ist echt ein ding so dass das wo komme ich denn hier raus wenn ich nichts esse also ihr wisst euch meine was denn jetzt los es wird grün aha okay so warte hier waren wir drinnen haben wir alles rausgeholt was ist das denn für ein ding ventilator lüftung irgendwie lüftung ne ja kann ich ja nicht zerlegen von schutt das noch mal ne kiste nachricht offline wie offline offline muss ich irgendwas machen und hier die sachen rum habe ich eisen mit ja schon gut so zack 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 essen vor allen dingen muss das andere neue material nee 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 erst hier gucken trinken essen problemchen essen drin bitte ja sehr gut zerlegen kann ich ihn nicht wohnmodul fenster ok das stoff gut ich sollte das mal sortieren soll ich mache die mal darin ich nehme magnesium aus hier drin ich nehme magnesium raus ich muss da jetzt erstmal magnesium rennen dann wird die dinge ein andersrum so und schon ist voll die magnesium drin nicht das sortieren lithium aluminium passt jetzt nicht mehr darin hier noch eisen mit drin eisen und alu warte alu hier raus alu da rein so was haben wir hier noch noch mehr alu cobalt war hier drücken nee sobald war da so obold und silizium aber ja okay ist jetzt egal so wir müssen mehr plündern so das war es jene kommen wir hier soll wir hier unsere basis aufbauen ist da unten eis ist das eis dahin da oben gibt es bestimmt eis oder dollar mit ja gut ein silizium brauche ich ja immer wenn ich mir einen raum bauen will eisen und silizium kann ich mir jetzt ein raum bauen könnte ich ich gehe mal da hoch in richtung eis noch mal eine kiste so habe ich mir das gedacht es fehlt ein eisen ist hier ein eisen drin ja gut nicht von raus mann 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 so was war hier schön ist noch mal drin essen läppchen video nehme ich mit jetzt ich gucken ob da oben eis ist also es sieht mir hier sehr nach eis aus aber ich finde keins ja pestersamen lirma samen lasse ich mal da oben ist nämlich mit weil wenn es hier kein eis gibt komme ich auch wohl schlecht an eis waren zum teufel bist du denn eis eis woher alles voll ist mit eis und gleich tot sehe ich hier eis da vielleicht eis eis baby uhr schnell zurück ok und geschafft jetzt hier nochmal so ein ding hin machen und dann packe ich hier ich habe kein eisen eisen drin ne ne ähm so dann packe ich nämlich hier wenn ich eis finde packe ich dann immer hier hin so ist der plan das eine eis nehme ich mal mit ok so jetzt einmal nach hause ich jetzt nur wüsste wo das war die richtung schon wieder ein sturm au was soll das schnell weg wir sind ja hier umzingelt von bergen ein und hier drin ich nehme mich aber mal mit so kommt wir rennen noch einmal nach hause was in die richtung glaube ich war oder ja ja da oben die dinger das war es wir werden hier irgendwo bauen müssen ja hier ist es auch deutlich übersichtlicher hier oben guck mal hast du auch eis ich sollte ich da mal hinrennen und jetzt werde ich mein zuhause natürlich nie mehr finden müsste irgendwo in die richtung sein ne guck an perfekt gut dann reicht das mal für die erste folge ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen bis dahin gehabt euch gut und tschüss und die das auch Vielen Dank.